Musik Musik Ja, ging drauf. Guten Tag, Benjamin. Was ist denn los? Ja, ganz in Ordnung, ja. Ja, einiges. Es war einiges zu erledigen heute am großen Tag. Ach, ne, ich hoffe schon mal aufgewacht. Ne, was hast du früher aufwendet? Ne, ja, eigentlich schon, ja. Stimmt, jeden Tag noch nicht, ja. Stimmt, jeden Tag noch nicht. 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 S Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Carlos. Horro. Horro. Lauf zu den Horen! Wir müssen Troja warnen! Lass die Speer nicht zurückkehren, sonst werden wir angegriffen! Die Speer nicht zurückkehren können wir gegen die Neue Flodschäden machen. Entschuldigen Sie sich alle anschauen! Die Speer nicht weg! Sie sehen uns nochmal! Hallo. Läge Thrytomus Próseche Tekton A hero has fallen Prostagma Metalleus Tekton Lege Tekton 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 Ne Tekton 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 Proshtagma Läge Tekton Proshtagma Läge 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 Tekton Thrytomus Musik 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 1954 ilit DIMcs notation Kodz Vielen Dank. 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 Oh... 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 Oh, oh... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. 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 Oh 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 Leia he's muck it Rostagma A hero has fallen A hero has fallen Em Yeah Oh 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 Halloween 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 Oh A hero has fallen A hero has fallen I No handling cock Lutscht Lutscht Wohin jetzt, Akantos? Zurück nach Atlantis. Das war eine willkommene Abwechslung von der Piratenjagd. Aber ich muss nach Hause zurückkehren. Nun, Piraten hin oder her. Ihr müsst eure Boote reparieren lassen. Du glaubst nicht, dass sie es nach Atlantis schaffen können? Nein. Nicht weit von hier gibt es einen Hafen. Ioklos. Ich segle dorthin. Ich kann dir den Weg zeigen und jemanden finden, der an euren Schiffen arbeitet. Und er schreitet zwischen den Wipfeln und ist größer als die Bäume. Und seine Stimme durch den ganzen Garten ist wie Donner, der gesandt wird, umzubringen. Was ist los, Kemsit? Kamos ist zurückgekehrt, Herr. Er hat den Dreizack verloren. Er sagt, der Atlanter sei auf dem Weg nach Troja. Die Schlacht dort wird nicht mehr lange dauern, wenn er sich den Griechen anschließt. Die Belagerung Trojas ist bereits vorbei. Zeus könnte sich immer noch einmischen. Zweifelst du an mir, Kemsit? Nein, alles ist genauso, wie du es sagst. Die Festung, der Tunnel, Troja. Giganten und die Genie. Multiplex von Flügeln und Augen, deren starker Gehorsam den Himmel zerbrach. Schick Kamos. Ich will mit ihm sprechen. Ja, General. Das sieht nicht gut aus. Was ist passiert? Nein, du alter Narr. Wir sind deine eigene Armee. Wir sind aus Troja zurückgekehrt. Gelobt sei Zeus. Die Soldaten sind zurückgekehrt. Ha. Also, was ist hier passiert? Nachdem die Armee nach Troja gesegelt war, überfielen Banditen die Stadt. Die nahmen unsere Männer als Geisel. Auch Kairon. Wer ist Kairon? Er dient den Göttern. Er sagte, ein Held würde kommen, um uns zu retten. Das beruhigt mich nicht gerade. Vielleicht sollten wir ihn suchen, um zu sehen, was er darüber weiß. Wenn du die Geiseln erreichen willst, würde ich die Weststraße vorschlagen. Das beruhigt mich nicht gerade. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.